ja hallo liebe reisefreunde in diesem kleinen video möchte ich euch mal erzählen was mit meinen speicherkarten passiert ist und warum die versehentlich gelöscht wurden also ich bin hauptsächlich mit meiner dji osmo pocket unterwegs und mit meiner gopro hero 8 ist es glaube ich ja da sind natürlich so eine micro sd karten vorhanden und da passe ich natürlich auf dass da nichts versehentlich gelöscht wird habe ich auf jeden fall gedacht also wenn ich auf reisen bin und habe mein laptop dabei dann habe ich immer zwei festplatten dabei ein zwei terabyte worauf ich dann versuche halt zeitnah meine sd karten zu sichern das gelingt mir natürlich nicht immer wenn ich mal irgendwo ohne landstrom stehen in meinem wohnmobil dann dauert das zwei drei tage wo dann halt die daten nicht gesichert werden ja und dann ist es passiert da war ich dann zu hause und wollte dann filmchen machen und dann habe ich festgestellt da waren dann vier sd mikrokarten gelöscht da waren einfach keine daten drauf ja jetzt war nicht ganz voll klar aber da waren natürlich unwiederbringliche aufnahmen drauf ich war zum beispiel in österreich einer teichstuben und ja mein navi hat mich da vor eine kirche geschickt hat gesagt in 100 meter links abbiegen war natürlich falsch ja ich dann hin und her gefahren und auf einmal da bremst mich da so ein kleiner kombi aus gibt mir ein zeichen zum halten da gucke ich hinten drauf teichstuben da war das dann der eigentümer der teichstuben und der hat mich dann dahin gelotst ja und dann habe ich auch noch schöne aufnahmen von der teichstuben gemacht vom essen und die dusche das war wie so in der höhle wo er wie so provisorisch eingerichtet das war so recht abenteuerlich sowas habe ich noch nie gesehen ja gut die aufnahmen die kann ich dann ja mal irgendwann wieder machen vielleicht aber mit der gopro die aufnahmen oder mich da stoppt die sind dann natürlich verloren ja wie es ist passiert dass die micro sd karten gelöscht wurden ja wusste ich jetzt irgendwie eine ganze weile nicht aber dann habe ich mir doch überlegungen gemacht und zwar ich habe ja so ein tablet und da habe ich eine mappe mit tastatur dabei und die kann ich mit magnetverschluss dann zu machen so und da muss meine box mit den sd karten zu nah an meinem tablet gewesen sein so dass die daten gelöscht sind ja also eine warnung an alle filmfreunde oder foto freunde passt da so ein kleines bisschen auf ja anders kann ich mir das nicht erklären ja dann hatte ich noch ein problem mit der großen sd karte ich habe da so eine nikon cool pics da ist eine etwas größere sd karte drin ja da wollte ich dann war ich unterwegs und dann wollte ich ein schönes auf eine schöne aufnahme vom sonnenaufgang machen alles so schön in rot und so weiter und dann kommt da so eine warnmeldung die speicherkarte kann nicht verwendet werden da war ich natürlich dann halt ratlos hab dann das foto nicht gemacht weil ich da gerade nicht eine andere karte zur hand hatte zu hause habe ich mich mal mit dem problem befasst hab die karte mal in den computer eingeschoben ja und da waren dann die aufnahmen alle drauf natürlich nur in diesen sonnenaufgang ja dann habe ich die bilder die ich da auf dem fotoapparat hatte beziehungsweise auf der speicherkarte habe ich dann auf meinem laptop gesichert und habe ich gedacht ja ich formatiere mir die karte habe die karte formatiert wieder in den fotoapparat rein und wieder speicherkarte kann nicht verwendet werden habe ich natürlich mal geguckt doof geguckt ja ich habe natürlich dann auch gegoogelt also bevor ich die formatiert habe und so weiter und da gab es dann halt programme die man da verwenden konnte um daten wieder herzustellen und so weiter den ganzen quatsch brauchte ich ja nicht aber die karte funktionierte immer noch nicht und irgendwo war dann mal der tipp dass man die speicherkarte von staub befreien sollte also die kontakte da habe ich dann zweimal mit der speicherkarte bin ich über meinen pulli gegangen tue die karte rein und siehe da sie funktionierte wieder ich hoffe mein kleines video hat euch gefallen passt auf eure daten sichert die immer zeitnah damit da nichts passiert wenn euch dieses kleine video gefallen hat dann daumen nach oben da würde ich mich darüber freuen und falls ihr noch nicht meinen kanal abonniert habt ja dann macht das bitte es kostet ja nichts und dann die glocke an klicken dann kriegt ihr immer personalisierte nachrichten wenn ich ein neues video gemacht habe schaut einfach mal auf meinem kanal vorbei da gibt es playlist list von deutschland und österreich kroatien der türkei da ist bestimmt was für euch dabei okay wir haben jetzt halt den 19 januar ich sitze hier mal im pössl die sonne scheint und ich bin schon ganz heiß darauf wieder unterwegs zu sein und neue videos zu machen bis dann euer arthur on tour